Sehr geehrter Politiker, dass sich bei uns in den deutschen Parteien sehr viele Platzhirsche aufhalten und dass dies viele junge, aber auch politikmotivierte Menschen davon abschreckt, sich in das Parteiwesen zu begeben, wissen viele Menschen. Was wollen Sie dafür tun, dass sich der politische Geist in Deutschland ändert und dass sich mehr junge, aber auch motivierte Menschen ins Parteisystem begeben und auch Chancen erhalten, dort etwas zu bewegen? Was sind Ihre Ansätze für Ihre Partei, neue Mitglieder zu werben, die neue Ideen in den politischen Alltag in Deutschland einbringen können? Vielen Dank!